Welches Lied hast du zuletzt gehört? Bachi-Bachi-Tango Nenne eine deutsche Spielerin mit C Jordan Englische Stadt außer London Liverpool Wer hat die meisten Einsätze im deutschen Kader? Alex Pop Englische Musikerin oder Band? Moment Englische Musikerin 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 Wurzel aus 16 4 Welches Emoji wärst du? Smiley Wie viele Einsätze hast du als Nationalspieler? 36 Buchstabiere deinen Namen rückwärts H-R-A-S Wie oft denkst du hast du den Ball hochgehalten? Habe ich nicht gezählt, aber oft Perfekt Ja dann bist du fertig Nice Schatz Boche Auch Wurzel Null Stimme Wurzel Wurzel Vielen Dank.